Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht es nochmal um die letzten beiden großen Kategorien, also Überkategorien sozusagen von Malware. Und danach können wir uns so ein bisschen mit den Dingern im Detail auseinandersetzen, auch wie man solche Dinge schreibt. Wir hatten letztes Mal die Trojaner, heute kommen die Viren und die Würmer dran. Und dann können wir wirklich uns so Sachen wie Ransomware direkt im Detail angucken oder auch DDoS-Angriffe. Da gibt es ja auch hunderttausend verschiedene Arten davon und wie diese Angriffe tatsächlich alle durchgeführt werden. Und dann werden wir auch sehen, hey wir müssen eigentlich für Viren und Würmer weitere Dinge können. Für Würmer brauchen wir irgendeinen Exploit, den wir benutzen können oder müssen eben selber einen finden. Und für Viren brauchen wir irgendwie Reverse Engineering. So, okay, also um was soll es heute gehen? Wir, wie gesagt, behandeln heute Viren und Würmer. So, wichtig bei beiden ist die Weiterverbreitung. Das heißt, die Dinger können sich von selbst weiter verbreiten. Also sie brauchen nicht irgendwie, ähm, die, ja, sie brauchen eigentlich nicht irgendwas, was immer ausgeführt wird. Das heißt, bei einem Trojaner habe ich wirklich das Problem, ich muss diese eine Punktechse oder was auch immer, diese eine Datei muss ich jedes Mal neu ausführen. Und Viren und Würmer haben sozusagen die Möglichkeit, die schreiben sich in was anderes rein. Und werden dann eben automatisch ausgeführt. Der Unterschied zwischen Viren und Würmer ist jetzt relativ subtil. Und zwar, Würmer breiten sich von selbst aus. Das heißt, die exploiten irgendwas, um sich dann eben weiter zu verbreiten, während Viren durch den Nutzer verbreitet werden. Also nicht direkt durch den Nutzer, aber, ähm, ja. Wir werden es uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Gut, nochmal kurz zurück zu Würmern. Was genau machen jetzt diese Würmer, was die Viren nicht machen? Und da haben wir zum Beispiel, ähm, einen Wurm, also ich habe einen Wurm gefunden, der hat sich, äh, ohne fremde Dateien, ähm, also Würmer generell verbreiten sich immer ohne irgendwelche Dateien oder irgendwelche anderen Dinge zu infizieren. Die verbreiten sich meistens dann über das Netzwerk. Das heißt zum Beispiel über ein E-Mail-Programm. Sagen wir mal, mein Thunderbird hat mein Passwort gespeichert von meinem E-Mail-Provider, beziehungsweise von meinen E-Mails tatsächlich. Und dann kann natürlich der Virus, wenn er irgendwie auf Thunderbird Zugriff hat, was er durch einen Exploit zum Beispiel bekommen würde, dann könnte er einfach an alle meine Kontakte ein E-Mail verschicken. Hey, das ist ein super cooles, was weiß ich was, Video oder sowas von mir. Schau dir das dringend an. Und jeder, natürlich, auf jeden Fall, jeder meiner Kontakte würde da sofort draufklicken. Ja, aber auch nur, wenn es nur 10% machen, dann ist es schon mal eine sehr gute Erfolgsrate. Und dann hat derjenige auch schon wieder den Virus, der vielleicht im Anhang drin war. Und ja, das ist dann natürlich auch eine Art Social Engineering, aber durch einen Wurm tatsächlich, der einfach an alle Kontakte dieses eine Ding verbreitet und sich dadurch auch wieder replizieren kann. Das heißt, er kann sich einfach auf weitere PCs verteilen. Und das ist natürlich nicht so geil. Da haben wir jetzt zum Beispiel eben die Möglichkeit, über Viren das Ganze zu machen. Es gibt natürlich auch schon einen Wurm, der das Ganze über das IRC macht, beziehungsweise es gab mal einen Wurm, der das über das IRC macht, über den Internet Relay Chat, beziehungsweise über verschiedene Instant Messenger, Skype oder sowas war auch mal ganz berühmt. Da gibt es dann immer irgendwelche Schwachstellen in dem Programm und darüber kann man dann natürlich, kann der Wurm sich selbst wieder weiterverbreiten. Sprich, er schickt sich einfach an alle Kontakte. Und natürlich auch über irgendwelche P2Ps, das heißt, Torrents sind da ganz beliebt. Also irgendwelche Torrent-Programme, da wird ja nicht wirklich überprüft, ist das Ding jetzt böse oder nicht. Mittlerweile haben die großen, kleinen, sage ich mal, eine Virenüberprüfung drin. Aber ich glaube, die meisten Nutzer nutzen das Ding überhaupt nicht. Also die Virenüberprüfung. Und dann wird natürlich auch nicht wirklich aufgepasst. Das heißt, man geht davon aus, das ist schon in Ordnung und führt es dann aus. Und schon hat man den Wurm und der verbreitet sich dann natürlich gerade direkt weiter. So, das ist nur die Verbreitung von den Würmern. Ja, über USBs geht natürlich genauso. Das heißt, wenn ich einfach quasi auf einen USB-Zugriff habe, dann den da drauf schreibe und beim Autostart von dem USB, dann wird automatisch der Wurm auf den PC draufgeschmissen. Und plötzlich hat jeder USB, der an diesen Rechner kommt, hat den Wurm auch. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, ein Wurm ist wirklich quasi auf allem drauf, was sich damit irgendwie verbindet und das er irgendwie ausnutzen kann. Natürlich nicht leicht sichtbar, weil, ja, ich meine, die Datei ist natürlich nicht sichtbar von dem Wurm auf dem USB-Stick. Das heißt, man kann das nicht so einfach feststellen. Und da kann schon mal was schief gehen, sagen wir mal so. So, das ist natürlich nur die Weiterverbreitung. Jetzt hat das Ding natürlich dann auch noch ein paar Hintergrundgedanken. Das heißt, zum Beispiel, man schreibt einen Wurm, der irgendwas lahmlegt. Das heißt, irgendwas kaputt macht. Und das wäre dann sowas wie eine Ransomware. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Trojaner. Das heißt, was im Endeffekt dann passiert durch diese Würmer, das ist was völlig anderes. Also, da gibt es so viele verschiedene Zwecke. Das ist ähnlich wie beim Trojaner. Und deswegen gibt es auch so viele Mischformen. Das heißt, normalerweise schreibt man nicht einen Wurm oder man schreibt einen Virus, sondern man schreibt einen Wurm-Virus, Trojaner, Backdoor, Ransomware, Spionageprogramm. Das dann wirklich alles auf einmal macht. Also, es verbreitet sich möglichst auf allen USBs durch Netzwerkprogramme, die ich gerade exploiten kann. Da brauche ich natürlich immer einen passenden Exploit dazu. Plus, ich habe dann diese Trojaner-Fähigkeit, dass ich eine Backdoor habe und dadurch kann ich dann wiederum alles mit dem Rechner machen. Hatten wir ja letztes Mal besprochen. So, jetzt nochmal kurz zu den Viren. Was ist der Unterschied davon? Viren werden durch den Nutzer verbreitet. Also, eigentlich nicht von selbst. Das heißt, die Dinger schreiben sich nicht automatisch auf einen USB-Stick, sondern sie werden tatsächlich einfach nur an irgendwelche Dateien rangehängt. Das heißt, zum Beispiel schreibt sich ein Virus an die Explorer.exe-Datei. Sprich, jedes Mal, wenn der Explorer aufgemacht wird, dann wird automatisch auch der Virus aufgemacht. Zum Beispiel. Und es gibt haufenweise Unterarten von Viren, sage ich jetzt mal. Und die wollen wir uns auch noch ganz kurz angucken. Das Wichtigste oder die Schlimmsten, sage ich jetzt mal fast, naja, eigentlich nicht unbedingt die Schlimmsten. Sie sind alle schlimm. Die erste Unterart von Viren sind die Butviren. Die waren mal eine Zeit lang sehr, sehr populär. Mittlerweile werden sie von so ziemlich jedem Antivirus erkannt, denn sie müssen ja erstmal in diesen Boot-Sektor reinkommen. Aber wenn sie mal drin sind, dann sind sie echt böse. Und zwar, man bezeichnet sie auch mal ganz gerne als Root-Kits. Was passiert, ist folgendes. Wenn ihr den PC hochfahrt, dann wird als allererstes euer Boot-Sektor geladen. Sprich, ein kleiner Teil eurer Festplatte, der sagt, so sieht mein Betriebssystem aus, lade diese Datei zuerst, dann diese Datei, dann diese Datei. Oder such dir hier aus, welches Betriebssystem du laden möchtest. Auch bekannt als Grub. Unter Linux zumindest. Oder den Windows-Bootloader. Das heißt, es wird ausgesucht, welches Betriebssystem wird geladen und wie wird es geladen. Und wenn natürlich dieser Bootloader bösartig ist, dann lädt er erst sich selbst und danach das Betriebssystem. Sprich, er hat die komplette Gewalt über das Betriebssystem. Er kann alles damit machen. Er steht sozusagen über dem Betriebssystem. Das heißt, alles, was das Betriebssystem machen möchte, muss durch den Virus durch. Und wenn der Virus dann eben sagt, du darfst auf den Speicherbereich nicht zugreifen, auf dem Speicherbereich nicht zugreifen, weil ich da liege, und dann darf der Antivirus das auch nicht. Denn der Antivirus, der hängt zum Beispiel hinter dem Betriebssystem, relativ nah am Betriebssystem dran, was auch eine große Schwäche von Antivirenprogrammen ist. Aber, da werden wir übrigens nochmal gesondert drüber reden, aber er kann natürlich dann nicht den Virus an sich stoppen. Und weil der eben natürlich über diesem Antivirenprogramm ist. Aber mittlerweile ist es meistens zumindest so, dass der Virus keine Macht mehr hat. Also er muss natürlich erstmal in diesen Bootsektor reinkommen. Und bis er da drin ist, kann er natürlich auch erkannt werden. Denn solange er noch nicht drin ist, steht das Betriebssystem, sprich auch jegliche Schutzmechanismen des Betriebssystems, stehen über dem Antivirus. Das heißt, er muss erstmal am Betriebssystem vorbeikommen, um sich da unbemerkt in den Bootsektor reinschreiben zu können. Und das ist die große Schwierigkeit bei diesen Bootviren. Die müssen sozusagen das Betriebssystem aushebeln. Und die Zugriffskontrolle vom Betriebssystem. Und da ist natürlich dann meistens nicht so einfach. Zumal, ich glaube, wer schon mal mit Grub gearbeitet hat, der weiß, wie schwierig das ist, da was richtig reinzuhauen. Also, dass es da alles so richtig funktioniert. Deswegen, ja, Bootviren relativ selten mittlerweile. Aber wenn man welche hat, dann sind sie sehr böse. Dann gibt es natürlich noch die stinknormalen Dateiviren. Die schreiben sich sozusagen einfach in die Datei rein. Also, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel an Explorer.exe. Jedes Mal, wenn Explorer.exe ausgeführt wird, dann wird automatisch auch der Virus ausgeführt und dann eben zum Beispiel eine Backdoor geladen oder sonst irgendwas. Und das kann man natürlich dann jederzeit auch für andere Dateien wiederholen. Das heißt, ich habe nicht nur den Explorer.exe, vielleicht habe ich auch noch irgendwie Notepad.exe, die infiziert ist. Oder unter Linux ist es ganz populär, LS zu infizieren oder PS oder sowas. Keine Ahnung, irgendwelche Programme, die auch von Server-Administratoren sehr, sehr häufig benutzt werden müssen, um irgendwas zu machen. Das heißt, die werden sehr, sehr häufig ausgeführt und wenn die dann infiziert sind, dann hat man den Virus relativ schnell am Laufen. Möglichst viele Dateien zu infizieren ist auch ganz populär, aber man muss natürlich aufpassen, dass man auch nicht von irgendwelchen Schutzmechanismen erkannt wird. Das heißt, man muss sich unauffällig verhalten. Okay, und dann gibt es Makroviren, die sind relativ populär, wenn es um Social Engineering geht, weil ein Makro ist ja in einer Datei drin, die eigentlich an sich harmlos ist. Also irgendwie eine Doc-Datei oder sowas, also Docx mittlerweile, irgendwelche Word-Dokumente oder sowas, die dann Makros beinhalten und diese Makros sind böse. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Datei mit der Intention erstellt wurde, dass sie böse ist, sondern sie wurde vielleicht einfach als stinknormale Datei erstellt und der Virus, den irgendjemand auf seinem Rechner hatte, der hat sich in diese Datei reingeschrieben. Sprich, er hat ein Makro erstellt zu dieser Word-Datei oder was auch immer das ist. Und dann wurde die Datei durch den Virus eben bösartig. Also das heißt, wir haben die Weiterverbreitung von einem Rechner, der bösartig ist schon oder der eben schon infiziert ist, haben wir dann durch eben diese Makros und man geht davon aus, dass diese Dateien relativ häufig hinhergeschickt werden. Das heißt, ich empfange zum Beispiel von, keine Ahnung, einem von euch, der jetzt ein Virus bei sich auf dem Rechner hat, eine DocX-Datei und öffne die und habe den bei mir dann drauf. Das heißt, von meinem PC alle DocX-Dateien, die rausgehen, sind auch wieder infiziert. Mal abgesehen davon, dass ich kein Word benutze, aber egal. Gut, also das heißt, wir haben Makroviren, die durch Social Engineering relativ leicht verbreitet werden können. Und wir haben zu guter Letzt Skriptviren. Skriptviren sind ja eigentlich ähnlich wie Dateiviren, nur dass sie halt eben auf Skriptsprachen beruhen und deswegen sehr, sehr leicht wieder reverse-engineert werden können, weil Skripte eben nicht kombiniert werden. Das heißt, die kann man relativ schnell wieder finden und dann kann man natürlich auch sofort sehen, was machen die Dinger und wie kann ich das verhindern. Gut, das war es sozusagen als kleine Einleitung zu Würmern und Viren. Wir werden uns natürlich noch mehr damit befassen, aber nur, dass ihr mal, wie gesagt, diese Namen kennt und was der Unterschied davon ist und ja, wo man dabei aufpassen muss. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.